Was ist kreativ? Etwas, was dir durch den Kopf schießt als interessant erkennen. Man kann Kreativität nicht erzwingen, so entsteht keine Kunst. Man kann nicht auf Befehl arbeiten. Man kann Kreativität nicht erzwingen. Hier ist es. Ja, das ist. Okay. Und dann müssen wir alle alle, mit einem bestimmten Mechanismus, um die Tenen zu stellen, und dann sie von den beiden Seiten platen. Das ist okay. Ja, das ist okay. Okay, nice variation in the glaze. Also, dann machen Sie das acoate quiere. Da sind da sehr großartig, weil es das Problem Parece compete. Untertitelung des ZDF, 2020